nie ich finde es einfach phänomenal so dieses hochbrunner zum glück überhaupt nicht wir sind es wenn man überhaupt nicht vorankommt so das nur wenigstens Tag ja gut dann suchen wir mal nach der nadel im heuerhaufen das heißt es einfach so lange rum rennen bis wir unser zuhause finden das ist doch ein schlechter witz wegen eines so dummen todes und einem spielabschutz nicht mehr wissen wo man ist so gut unsere rüstung ist auch schon kaputt gegangen wir kommen die schon so vorsichtig alles hier schon gesehen dass sie alles gleich aussieht das ist toll das ist also richtig der punkt würde er längst so alt da ist es ist der spiel war genau das denke ich mir nicht gerade ich kann nämlich nichts mehr denken das einzige was ich persönlich sehe ist die tatsache dass hier überall neue bäume sind und ich die ganze zeit in die richtung der wolken gelaufen bin hä mein ernst warte wenn ich wenn ich gebaut habe dann kamen die wolken immer von rechts das heißt also von unten vom spawnpunkt aus gesehen das heißt mein spawnpunkt klingt wenn er in dieser richtung hier quasi von genau da wo ich herkomme ähm ja das heißt ich bin die ganze zeit eh falsch nee warte nicht die ganze zeit seitdem ich auf die oberfläche gekommen bin ich auf jeden fall falsch gelaufen weil davor habe ich mir auch schon irgendwie versucht zu orientieren ja gut versucht zu orientieren trifft es ganz gut äh ich ja gut wir können uns natürlich auch einfach umbringen aber nee komm an wir haben ein niveau das machen wir nicht umbringen ist böse äh so also unser spawnpunkt liegt schon mal irgendwo in die richtung nachdem hier große bäume stehen weiß ich schon mal wir sind noch weit davon entfernt weil sonst würden da keine großen bäume stehen das ist doch logisch so ich gehe jetzt erstmal da entlang wo die schweine stehen weil finde ich cooler da als dom auf dem berg jetzt äh ja da sind da sind da ist ein großer baum da oben ist ein wie halt hier auch die bäume einfach so generiert werden in die landschaft das ist auch wunder wunderbar da oben sind wieder große bäume da sind berge er gut berge ist jetzt das ding ist halt ähm nachdem die landschaft sowieso so oh cool hier ist ein brauner pilz äh ein roter pilz meine ich ich hatte auch mal einen braunen pilz aber die sind leider irgendwie bei einem tod verloren gegangen und nachdem ich die sache nicht mehr wiedergefunden habe weil weiß ich weiß ich auch nicht ich hätte eigentlich gar nicht schief gehen können beim finden der sachen ich habe den weg extra vormarkiert gehabt beim hingehen und trotzdem geht es schief das muss man sich auch erstmal vorstellen okay nachdem hier eine küste ist müssen wir auch definitiv weiter nach links eine küste war da nicht wo wir herkamen ich weiß nicht was er in den berg rücken war aber nachdem wir hier keinen auch nur ansatzweise so oje alt haben wir die welt groß gemacht okay das wegwerfen mit kuh ist noch etwas verbuggt nie wieder kuh drücken wenn wir was in der hand haben ich glaube ich habe nicht kuh gedrückt aus versehen so darum ist wieder ein großer baum ach man wenn ich kann man sich sicher sein dass da wo ein großer baum ist man da zumindest nicht so eine burg hat allerdings kann man im gegenzug nicht behaupten dass da wo keine großen baum ist automatisch die burg steht was leider blöd ist hmmm wir ziehen wenigstens die wolke noch in der selben richtung also entweder macht mich die musik dazu dass ich denke dass ich das hier eventuell kennen könnte ähm oder wir sind auf dem richtigen weg was abgrundmäßig genial okay davon ist zuckerrohr so richtig ist der weg anscheinend jetzt doch wieder nicht vor allem es wird nacht nein die tatsache dass jetzt nacht wird kann ich schon wieder gar nicht ab ok wir müssen jetzt schauen dass wir uns irgendwie relativ schnell in sicherheit bringen das ist alles so gleich aus hier ist ein brauner hier liegen braune pilze so liegen die hier es ist irgendwas schiefgelaufen am generieren die pilze rumliegen alter ich sehe nichts ich sehe mal wieder gar nichts mehr der steht hier noch gott stehende blöcke haben wir jede menge sand keine ahnung wo ich bin also wirklich jetzt ich sehe auch nichts andere in der welt dass mich das anschein weg dass ich hier jemals schon mal war oh mein gott läuft auf jeden fall bei mir ich könnte mir wieder eine brustpalatte bauen das heißt warte mal wir bauen jetzt was effektiveres boah wahnsinn nicht aus leder sondern aus eisen das hält länger können wir vielleicht in zukunft auch durch die nachtreise so gut diamanten sind schon mal cool zu haben ich habe auch nur noch relativ wenig fleisch von dem hermer bedenkt was am anfang über war das ist ein skelett näher schon nicht gehabt ich dachte nämlich dass wir ein skelett gewesen so 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 Aber ich sollte mir dann doch lieber ein Lederhahn machen, beziehungsweise davon dann gleich zwei, weil...